Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Minecraft Escape 4 und heute geht es direkt weiter. Gehen wieder in die Map rein. Da sind wir jetzt auch. Und 3, 2, 1. Lös. Weißt du, wir gehen direkt ins Häusle rein. Du kommst hier nicht rein. Ach komm, bleib doch wieder draußen. Einmal Zuckerrohr, wo haben wir es da? Da ist es, zack. Drei Papier, Leder. Baue ich die Dias und das hier. Hier hin, zack. Und Buch noch mal rein. Dann haben wir auch schon den Zauberticht. Und da will ich sagen, zaubern wir einfach direkt unsere Sachen. Ach, sogar Bann ist aber kacke. Dann verzeige ich erstmal die Dias Spitzhacke auf Effizienz 1. Ja komm, scheiß drauf. Ich habe jetzt 3 Level verständlich, ist halt dumm jetzt. Was geht jetzt? Insektenabwehr. Machen wir einfach mal. Bogen. Stärke 1. Gut. Dann haben wir das erstmal. Wir brauchen hier die Rüstung. Soll ich mir einfach eine neue Rüstung bauen? Ne, mache ich nicht. Einmal Rüstung rein. Schutz 1. Schutz. Und. Haltbarkeit. Scheiß drauf, Schutz. Dann sind wir jetzt voll verzaubert. Und dann soll die auch alles fertig sein. Dann nehme ich die ganzen Öfen hier mit. Ich mache mir gleich mal ein paar Goldäpfel. Sogar. Ja, es passt genau, wie viel Gold ich hatte. Kohle nehmen wir. Laves brauchen wir. Kupfer brauchen wir nicht. Essen platziere ich hier rechts, würde ich sagen. Und dann würde ich sagen, suchen wir uns jetzt einen Lavasee. Lohnen sie das? Und es sollte einfach wieder runtergehen. Ich schaue einfach mal da vorne, ob ich da noch eine große Höhle finde, wo es weit runtergeht. Wo ich vielleicht sogar direkt die Lavasee. Jawohl, das sind noch Kühe. Das ist nice. Das ist so, wie wenn da ein Lavasee wäre. Ist das auch so? Oder ist da nur eine einzelne Lava? Oder war ich da unten? Das ist nur einzelne Lava. Das ist scheiße. Ne, ich möchte schon einen Lavasee haben. Wie krank siehst du dir schön aus. Okay, ist aber wurscht. Wir müssen nicht so lange an solchen Dingern aufhalten. Müssen wir ja suchen nach einem See. Der Lava. Wenn nicht, gehe ich aber wieder in dieselbe Höhle rein. Da unten waren ja Lava sehen. Möchte ich zwar reif ungern, aber wenn nichts mehr hilft, dann hilft halt eben doch immer nur eins. Das ist ein Banküberfall. Garten scheint es doch weit runter zu gehen. Ach nee. Ne, doch nicht. Egal, ich kann es in der Folge noch suchen, aber ich darf vielleicht noch was finde, was gut ist. Ansonsten würde ich sagen, gehe ich in der nächsten Folge einfach wieder in die alte Höhle rein. Ich gehe jetzt einfach mal da runter. Aber auch nicht einfach da runter, sondern ich gehe mal aus dem Minenschaft. Also erstmal hier Brot zum Regenerieren. Dann schaue ich doch eben mal da runter. Weil da ganz unten schaut es schon sehr tief aus eigentlich. Na gut, hier ist jetzt Lava, aber kein See. Das ist scheiße. Ich richte mich jetzt tatsächlich auch ein bisschen auf. Ich baume jetzt einfach hier durch die Wand. Das ist aber auch Kauzil eigentlich. Ach komm, scheiße. Ich habe es verkackt. Ich gehe gleich vorne, dass ich sie einfach mitnehme, wenn wir ein Nähportal bauen sollen. Jetzt habe ich eine Armatistenhöhle gefunden. Tut sich schon nice an, aber bringt mir halt rein gar nichts. Oh, der Wecker. Muss raus. So, dann war es uns auch von der heutigen Folge mal wieder von Minecraft Escape 4. Wenn ihr euch gefragt habt, könnt ihr ein Like da lassen, den Kanal kostenlos aktivieren, sowie die Glocke abonnieren. Dann würde ich sagen, haut rein. Bis zum nächsten Mal. Euer Götter. Servus, ihr macht's. Ciao und gut. Euer Götter.